Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Olli und ich zeige dir die artenreiche Welt der Schaben. Hier geht es weniger um Schadschaben wie die Kakerlake oder die Küchenschabe, vielmehr geht es hier um die exotische und schöne Seite der Tiere. Daher sind exotische Schaben ein super Einstieg in die Terroristik. Sie gibt es in den verschiedensten Größen, Formen und Farben. Und manche Arten sind sogar einfach zu halten. Wenn du frei von Vorurteilen bist und mehr über diese Tiere erfahren möchtest, lass doch einfach ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.